Manche, wenn sie dir heute etwas schenken, was erwarten sie? Welche Absicht haben sie? Dass du ihnen auch etwas schenkst. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Wer von euch ist Araber? Keiner auf einmal? Okay, wir sind alle Araber. Ihr kennt unsere Hochzeiten, kennt ihr ja oder nein? Da gibt es eine Sache, wo die Leute dann Geld geben. Kennt ihr das? Sie geben Geld. Und jeder will natürlich aufgenommen werden in diesem Moment. Damit ihr auch den anderen zeigt, schau mal, ich habe 50 Euro bezahlt, die will ich auf meiner Hochzeit wiederhaben. Das ist der Hintergedanke. Dieses Waliyadu Billah ist ein übler Gedanke. Warum? Weil er erwartet etwas und dieses Geschenk sollte was sein eigentlich? Vom Herzen. Und wird er belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er seinem Bruder etwas schenkt? Natürlich. Aber guckt mal, subhanallah, er gibt etwas mit der... Mit was? Mit welcher Absicht? Um eine Sache wieder zurückzubekommen. Und das ist keine gute Absicht. Wenn du etwas gibst, gib es für Allah subhanahu wa ta'ala. Wird Allah dir azawajal geben? Natürlich Allah subhanahu wa ta'ala wird dir geben. Aber dass du High-D-Quality machst, nur wie du bezahlt hast. Und der macht dann auch länger Dua. Bei uns ist es so, bei der Hochzeit, je mehr du bezahlst, umso länger ist der Dua. Wenn du 20 Euro bezahlst, dann sagt er... Ruh, geh endlich. Aber wenn du 50 oder 100 bezahlst, dann kommen schon ein paar Dua-Sprüche sogar von Hissnul Muslim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Na... Ja... Auszah